Halli, hallo, hallo, liebe YouTube-Gemeinde und es geht auf die Leipziger Buchmesse. Ich bin als Piratin verkleidet, nur deswegen, weil See of Thieves nächste Woche rauskommt. Also, wenn ich die fleißige Werbung mache für dieses Spiel. Ich habe mir gedacht, das passt zum Thema und deswegen gibt es jetzt wieder ein Dessert auf Reisen, wieder mal nach Leipzig zur Buchmesse. Bis zum nächsten Mal. Dass ich so viele Freunde wieder treffe, die überall in Deutschland verteilt sind und dass ich hier viele Fotografen auch treffe und mit denen ich Fotos machen kann. Dass man einfach mal aus seiner Rolle rausbrechen kann und einfach mal jemand anders sein kann. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hier in der Endcard könnt ihr jetzt ein Video von mir sehen, was euch vielleicht gefallen könnte oder mein letztes Video oder den Button, auf den ihr mich abonnieren könnt. Tschüssi!